Hey, du bist ja noch da! Eine Frage, was machst du hier? Du bist in einer Geisterstadt gelandet, mein Freund. Hier passiert gar nichts mehr. Nein, ich habe natürlich nicht aufgehört, sondern bin aufgrund tausender Faktoren letztendlich umgezogen. Spring lieber schnell auf meinen neuen Kanal um. Dort erscheinen jetzt alle weiteren Videos in gewohnter Qualität. Ich freu mich auf dich, mach's gut und lass dich nicht von den Zombies beißen, die hier noch lauern. Halt's Maul, Gary!